Hi! Herzlich willkommen zu diesem Video. Ihr habt im letzten Video auf diesem Kanal gesehen, wie wir den Turbolader eingebaut haben. Das ist ein TTE 485. Hier ist jetzt ein R-Motor drin, den ich auch mit YouTube zusammen oder mit der Begleitung von der Kamera quasi umbauen lassen habe. Vom Diesel. Ich wollte eigentlich sagen von Sascha. Sascha hat das Ding umgebaut. Prinzipiell habe ich es noch umgebaut, aber von Diesel auf Benzin. War mal ein GTD. Da ist wie gesagt ein IS-38 Lader drin, da ist eine Downpipe drin, da ist eine Abgasanlage von HG Motorsport, Inlet Outlet HG Motorsport, Ansaugung HG Motorsport und wie gesagt bei HG Motorsport auch gemessen. 423 PS. Ihr habt hoffentlich bei SAR auf dem Kanal gesehen, wie wir uns um die Spritgeschichte gekümmert haben. Das Schlüsselelement ist aber die Hochdruckpumpe. Genau. Warum? Sie fördert nachher nicht mehr ausreichend und darum werden wir sie umbauen mit einem größeren Schlüsselkit. Das heißt, man hat einen Zylinder mehr oder weniger und einen Kolben, der einfach einen höheren Hubraum hat bei selben Hub. Das brauchen wir ab ungefähr wie viel PS? Wäre das sinnvoll? Eigentlich so ab 420, 430. Dann läuft sie schon grenzwertig. Was passiert, wenn die Grenze erreicht ist? Dann würde der nicht mehr genug Sprit fördern können. Das heißt, er könnte abmagern, aber das Steuergerät ist so schnell, dass er da in Notlauf geht. Da ist das gute Ding. Genau. Hier haben wir die schöne Autotechpumpe. Die Autotechpumpe. Und heute geht der ganze Ofen einmal auf den Prüfstand. Ob wir 500 PS knacken, ob der Motor hält oder ob doch ein 15er rein muss, weil das Pleuel Hilo sagt. Sehen wir in diesem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Erste Messung 4,79. Nein, 4,69. Ja, ich weiß es. Ich habe es schon gesehen. Erste Messung 4,69 ist eigentlich schon ganz gut, oder? War ganz okay. Mussten jetzt erstmal gucken, wo der Ladedruck steht, bei welchem Tastverhältnis. Und den Rest macht Marci. Ich bin echt gespannt. Also ich glaube, dass der Wagen noch nicht kaputt ist. Liegt unter anderem an seiner Abstimmung. Ja, auf jeden Fall. Wirklich. Auf jeden Fall nochmal. Ich lehne so ein paar Leute rum. Auf jeden Fall nochmal danke, Marcel von MTR, dass das immer so super funktioniert mit dir. Ich bin gespannt. Was denkst du, wo könnten wir heute rauskommen? Hau mal einfach eine Zahl raus, die du dir wünschst. Ja, ich würde schon gerne wünschen, dass der das macht, wie der Lad auch heißt. Da vorbei gehe ich von... Da gehe ich bei TTE von aus. Ja. Denke schon. Wenn es ein bisschen mehr wird oder 5 PS weniger. Mein Gott, das Ding muss halten. Ja, genau. Das ist mir auch persönlich wichtig. Wir gucken einmal, was vielleicht... Also vielleicht, weiß ich noch nicht. Wir gucken einmal, was so maximal gehen könnte. Werden dann aber wieder auf jeden Fall im Bereich fahren, wo es dann safe ist. Weil ich bin halt ein Bleifuß oder habe einen Bleifuß. Dementsprechend soll das Ganze hier auch vernünftig funktionieren. Ich habe keine Lust... Also mein Portemonnaie hat keine Lust, dann in zwei Wochen wieder hier zu sein, um doch einen Dase einzubauen. Ja, wollte ich gerade sagen. Dann wird es 5-Zylinder. Dann bauen wir den erst gar nicht auf. Dann kommt direkt Datzer rein. GTX geht und ab die Fahrt. Geil. Dann sprechen wir von, wie viel Leistung würden wir dann, wenn das so kommen würde? 850, 900. Aber nicht eintragbar, ne? 590. Okay. Ja, weil eintragbar, das ist halt nämlich das Problem. Das hier muss ja heute jetzt auch so gemacht werden, dass ich das eingetragen kriege. Ja. Weil dadurch, dass die Polizei halt immer zuguckt und so weiter... Nicht, dass die mich dann auf den Prüfstand stellen und sagen, du hast ja doch mehr wie im Verein steht. Ja, nicht nur deswegen. Es soll ja auch sicher sein. Es ist ja auch irgendwo eine Versicherungsfrage. Dann kommt noch dazu, man sollte den Leuten nicht so viel vorleben. Negatives zumindest. Ja, klar. Man gilt ja auch als Vorbildfunktion und so. Ja. Sehe ich genauso. Gut. Während Marci da schreibt, sehen wir uns gleich bei der zweiten Messe. So. Zweiter Lauf. Beziehungsweise das war jetzt, glaube ich, sogar schon der dritte. Dritte Messung, ja. Ähm, was haben wir da jetzt an Leistung? 480 waren wir jetzt. 480. Mit 520 Nuten. 520 Nuten? Ja. Es würde aber noch mehr gehen, ne? Es geht noch ein bisschen. Wir probieren jetzt mal nochmal und dann sehen wir weiter. Ja. Wir machen aber jetzt videotechnisch für heute Schluss. Wir wollen ja nicht zu viel verraten. Ja, am Ende muss das Ganze ja auch noch eingetragen werden. Genau. Ne? Ja. Das ist das Wichtigste. Gut. Heißt, ich danke euch fürs Zugucken. Habt ihr jetzt mal so eine grobe Hausrichtung, wo das Ganze so hingeht. Ich denke, dass wir irgendwas zwischen 94, 500 PS vielleicht kommen. Das sage ich. Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. Ich fahre jetzt nach Hause, hätte ich jetzt fast gesagt. Wir essen jetzt erstmal was. Marcel schreibt ein bisschen. Ja. Danke fürs Zugucken. Danke MTR fürs Abstimmen. Danke Sascha fürs, ja, PC halten. Gast geben. Naja, es ist nicht nur PC halten und ganz geht. Man muss ja auch ein paar Werte gucken. Nicht, dass man das Ding kaputt fährt. Ja, das wäre ein Traum. Ja. Alter, ich habe echt Angst gehabt. Muss ich nochmal sagen. Das Popometer und der Laptop sagen mir ja, wann Schluss ist. Ja. Sehr gut. Muss ich auf irgendwelche Werte in meinem Display... Halt mal einfach im Auge, ob er irgendwie Zündaussetzer kriegt, ob er die Zündkerzen nicht verträgt oder was weiß ich, vielleicht ein bisschen Zündwinkel zurücknimmt, dass man da mal guckt. Da kann man ja vielleicht... Ja, das Gute ist an dem Display, ich kann mir immer Max-Werte anzeigen lassen. Ja, genau. Und so. Okay. Wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Daumen drücken, Glocke aktivieren und so weiter. Ihr kennt das Ganze. Support ist kein Mord. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hey, ich bin Katie. Ich bin die Tochter vom Papa. Wie der Wagen fährt, sieht sie ja noch. Ich kann mich zu abonnieren. Ciao, bis zum nächsten Mal.